Donnerwetter, du warst aber lange weg. Was hast du denn in der Zeit alles gemacht? Hehe, Geheimnis. Hi. Hi Leute, hier ist eure Scarlet Orissa zu etwas, das eigentlich lange überfällig war. Nämlich ein Infovideo. Ja, hört richtig. Ich lasse mal wieder von mir hören. Eigentlich sollte dieses Video schon zu Weihnachten rumkommen, aber leider, wie die Dinge halt so sich manchmal entwickeln, hat Center sich verfahren und deswegen hat das länger gedauert. Nun ja, warum habe ich so lange nichts von mir hören lassen? Ja, also ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe sehr viel familiäres in letzter Zeit gehabt. Vor allen Dingen Geburtstage und dann, nachdem die Geburtstage vorbei waren, andere familiäre Sachen und die haben mich doch neben der Arbeit und dem ganzen Weihnachtsstress so ein kleines bisschen in Beschlag genommen. Aber jetzt entwickelt es sich langsam. In vernünftige Rebanen, dass ich wieder zumindest definitiv sagen kann, ich bin wieder da und kann mich jetzt auch wieder besser dem Kanal widmen als die letzte Zeit, sagen wir es mal so. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch sehr unzufrieden mit mir, dass ich da nicht so viel geschafft habe. Was wird jetzt hier Thema in diesem Infovideo sein? Dafür klingt das Ganze ja einfach ein bisschen zu groß, als dass ich ein Infovideo mache. Ach ja, also ich habe hier, ich habe es ja gesagt, der Santa hat sich verfahren. Ich habe hier einen kleinen Sack mit Geschenken. Ich habe hier jetzt gerade einen Beutel von meinem Kopfhörer in der Hand. Da sind die ganzen Geschenke drin. In Anführungsstrichen die metaphorischen Geschenke. Allerdings sind es gute wie schlechte Geschenke, denn zunächst einmal wollte ich erklären, wieso ich so lange weg war und ja, ich würde sagen, beginnen wir mit den schlechten Sachen. Okami ist bald zu Ende. Ja, das ist für mich eine schlechte Sache, die ich ankündigen muss. Also Okami ist abgedreht, es geht jetzt auch weiter und es wird wohl so Mitte, Ende Januar dann zu Ende sein. Und seid gespannt auf das Ende. Also ich freue mich schon sehr darauf, wie ihr dann auch alle auf das Ende reagieren werdet. Ich habe interessant reagiert, sagen wir es mal so. Und ansonsten möchte ich, jetzt, nachdem ich diese komische Sache da rausgehauen habe, zu einer wirklich, ich glaube für viele, schlechten Nachricht. Komm. Also. Ich möchte mit euch über etwas reden, über das ich in letzter Zeit wieder einmal wenig geredet habe. Etwas, das schon sehr lange diesen Kanal umtreibt. Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ja, ihr hört richtig, ich spreche dieses Thema an, denn unter anderem, warum ich so wenig für YouTube getan habe, war auch, weil ich versucht habe, diesen fucking lingering Will zu töten. Und das klappt nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich habe fast jede Strategie ausprobiert. Eine habe ich nicht hingekriegt, ähm, aus Zeitgründen. Ne, müsste ich noch testen. Aber aufgrund dessen, dass es jetzt wieder so lange dauert mit Lingwingville, habe ich jetzt endgültig eine Entscheidung getroffen, weil Kingdom Hearts 2 läuft jetzt über zwei Jahre auf diesem Kanal. Und es tut mir leid, das so zu sagen, aber nach dem nächsten Part wird Kingdom Hearts 2 mehr oder weniger wie Birth by Sleep enden. In einer, also dass es vorbei ist, aber wenn ich irgendwann mal den Secret Boss, in dem Fall Lingwingville, schaffe, würde ich dann halt auch dementsprechend dann ein Video dazu raushauen. Wann das der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber ich habe es jetzt einfach gesehen, über die letzten Wochen und Monate, die ich da wirklich dran gesessen habe, naja, okay, anderthalb Monate jetzt, ähm, dass ich einfach dafür mehr Übungen brauche und irgendwo habe ich jetzt meine Grenzen erreicht und Kingdom Hearts 2 läuft jetzt zwei Jahre und es ist nur noch dieses eine Video und dann würde ich KH2 sozusagen dann auf dieser Note beenden wollen. Wann dieser Part kommt, kann ich euch auch sagen, das wäre am Samstag und dann würde ich KH2 erst mal KH2 sein lassen wollen. bis ich Lingwingville geschafft habe, weil wir haben ansonsten alles geschafft. Es fehlt nur noch Lingwingville und dieses eine bestimmte Ding, dieses Secret Ending, was ich eigentlich aber erst zeigen kann, wenn ich Lingwingville geschafft habe und das ärgert mich wie sonst was. Ich hätte bitte Ran machen sollen, dann könnte ich euch wenigstens das noch zeigen. Aber nein, ich musste ja Profi machen. Aber egal, das ist, man soll keine, man soll nicht über verschüttete Milch heulen. Aber ich hoffe, ihr seid nicht böse über meine Entscheidung, weil ich habe einfach jetzt irgendwo gesehen, langsam hat es einfach auch so ein bisschen gereicht. Nicht, dass ich KH2 jetzt irgendwie hasse oder so, nein, ich liebe dieses Spiel immer noch. Ich könnte jetzt sofort ein neues Let's Play davon starten, das ist es nicht. Ich habe einfach nur die Schnauze von Lingwingville voll. Wirklich, absolut. Ich kann nicht mehr. Das bringt meine Psyche langsam zum Ende. So, wo ich doch schon sage, letztes Video am Samstag, ja, ich habe tatsächlich eine Stunde Aufnahmen, wie ich Lingwingville versucht habe. Das sind tatsächlich meine ersten Versuche. Danach habe ich nicht mehr so viele Versuche, weil dieses Dauergefluche müsst ihr euch wirklich nicht anhören. Also ich habe so etwa eine Stunde Versuche. Ob die jetzt alle voll kommentiert sind, weiß ich gar nicht mehr. Also es könnte auch sein, dass da ein paar Stummversuche sogar mit dabei sind, weil ich mir gedacht habe, hm, wenn ich nicht rede, spiele ich vielleicht etwas besser. Ne, Pustekuchen. Aber egal. Ähm, jedenfalls, ich hoffe, ihr seid mir echt nicht böse, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das wirklich machen will oder ob ich nicht abwarten will, es noch weiter versuchen will. und ich habe jetzt einfach gesehen, es klappt nicht. Gerade auch jetzt mit 2.8, äh, um die Ecke und mit anderen Dingen, die ich noch plane, da musste ich leider diese Entscheidung treffen. Und einfach auch, damit ich mal ein bisschen zur Ruhe komme, was das angeht. So, wo wir schon von 2.8 reden. Wow, wow, wow. Keine Angst, pack die Mistgabeln und Heufackeln weg. Hä? Heufackeln? Egal. Ähm, zu 2.8 habe ich leider auch eine klitzekleine schlechte Nachricht zu bringen. Nein, keine Angst, keine Angst, das Projekt ist nicht gecancelt oder so. Nein, 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 nein. Ich wollte lediglich eine Sache sagen. Es kann sein, dass 2.8 nicht genau am Releasetag anfängt bei mir. Das hat was damit zu tun. Nächsten Monat muss ich ein bisschen mehr arbeiten. Und ich weiß deswegen nicht, ob ich es zum Releasetag genau fertig haben werde. Das heißt, heißt, es kann sein, dass es ein, zwei Tage später anfängt. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich habe alles soweit fertig. 2.8 muss nur noch kommen. Und dann kann es auch gleich losgehen. Die Frage ist halt bloß, ob ich das zeitlich um die Arbeit herum schaffe und wann das Spiel ankommt, ob ich es dann vielleicht noch zum Release tatsächlich so schnell aufgenommen kriege, dass ich es auch am Releasetag raushauen kann. Dann ist nur ein kleiner Hinweis für euch, dass es vielleicht nicht am Release-Tag kommt, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Ist natürlich jetzt nicht die allerbeste Lösung, weiß ich selber, aber da geht das Privatleben ein bisschen vor. Ein bisschen dringend vor, weil Arbeit ist sehr wichtig. Gut, aber ich würde sagen, gehen wir jetzt über zu den guten Geschenken. Ich war nämlich in dieser Zeit nicht untätig. Wie ihr das vielleicht schon in dieser Anfangszene so ein bisschen sehen konntet und auch neulich schon in meinen Streams, habe ich ein neues Logo. Ich habe einen neuen Avatar und ich habe ein neues Kanaldesign. Was ihr jetzt sehen dürftet, beziehungsweise, wenn dieses Video oben ist, wird es wohl auch auf dem Kanal landen. Ich habe mich extra mal für ein neues Kanaldesign entschieden, weil ich mir gedacht habe, 2016 geht zu Ende, 2017 kommt. Machen wir mal alles neu und gestalten uns in einem neuen Look. Ich hoffe, euch gefällt das neue Kanaldesign und der neue Avatar. Ich habe mir sehr viel Mühe damit gegeben und vor allen Dingen beim Logo freue ich mich sehr, dass es jetzt so aussieht, wie es aussieht, weil ich fand einfach diese Idee mit der Sternschnuppe total toll, weil ich hatte ja ganz früher für diejenigen, die noch mein erstes Kanallogo kennen. Ich hatte früher eine Eklipse im Avatar und es hat mich immer geärgert, dass ich erstens die Eklipse nicht mit in mein Kanaldesign übernehmen konnte, weil es irgendwie nie gepasst hat und zweitens habe ich sie dann in späteren Entwürfen wieder entfernt, weil ich fand, das sah ein bisschen too much aus. Deswegen habe ich jetzt beispielsweise auch blaue Hintergründe und rote Schrift, weil ich rot auf rot einfach nicht mehr so toll fand und blau ist in dem Fall ein schöner Kontrast. Und diese Sternschnuppe ersetzt jetzt irgendwie diese Eklipse, die ich nie mit reinhaben durfte. Das ist jetzt einfach fester Bestandteil vom Logo und es sieht so gut aus. Meine Inspiration war dafür übrigens ein Anime. Wer rät, welcher Anime es war? Nein, es ist nicht Sailor Moon. Kriegt einen Keks. So, ähm, also, neuer Avatar, neues Kanaldesign, aber das ist natürlich nicht alles. Ich habe außerdem meinen PC ausgemistet, das heißt, ich habe wieder Platz geschaffen für neue Parts, neue Vorräte. Ich habe natürlich auch in der Zeit gedreht und zwar heftig, aber nicht so heftig wie normalerweise und ich habe mich halt auch eher aufs Drehen fokussiert als aufs Hochladen. Das sollte ich vielleicht ein bisschen mehr ausbalancieren. Ja. Und außerdem habe ich mir, obwohl ich sie noch einbauen muss, noch eine neue zweite Festplatte gegönnt für mehr Vorrat. Warum ich mehr Vorrat brauche beziehungsweise dafür eine neue Festplatte brauche, das erzähle ich ganz zum Schluss. So, ähm, achso, und eine andere Sache habe ich auch noch gemacht, aber dazu dann auch später ein kleines bisschen mehr. So, dann jetzt ein kleiner Vorgeschmack auf 2017 bei 2.8. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie werde ich 2.8 handhaben? Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich zunächst mit 0.2 starten möchte, weil es ist neu, es ist 0.2, ich möchte es spielen. Und sobald ich dieses Spiel habe und das in meine Playstation rein tue, ja, weil ich mir die Retail-Version hole, will ich 0.2 spielen. Gerade nach dem letzten Trailer will ich 0.2 spielen. Unbedingt. Unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ähm, und wenn dann 0.2 fertig ist, kommt dann nach Dream Drop Distance. Dieses Thumbnail seht ihr übrigens gerade als Hintergrund, das habe ich bereits fertig gemacht. Ähm, allerdings, wer jetzt Bedenken hat, wegen, du hast doch Kingdom Hearts Days und Recoded noch nicht gemacht, ähm, ja, das hat unter anderem auch was mit KH2 zu tun, weil sich KH2 einfach so lange hingezogen hat, habe ich Days und Recoded noch nicht gemacht. Ich mache die nach Dream Drop Distance. Ich werde in Dream Drop Distance die nötigen Sachen, wenn ihr das wollt, erwähnen. Wobei ich dann wahrscheinlich trotzdem noch dazu sage, Spoiler an einer gewissen Stelle. Ihr könnt euch, glaube ich, denken, an welcher Stelle für diejenigen, die Dream Drop Distance kennen. Aber ja, ähm, so habe ich das jetzt gelöst, weil hätte KH2 sich nicht zwei Jahre hingezogen, dann hätte ich in der Zeit Days und Recoded gemacht. aber zeitlich schaffe ich es einfach nicht mehr, bis 2.8 rauskommt und ich möchte es einfach so handhaben. Was Keyback Cover angeht, bin ich noch am überlegen, was ich damit genau mache, weil es ist ja in dem Fall ein Film. Ob ich das jetzt irgendwie noch, äh, anderweitig verwende, mh, da bin ich am Ideen auspendeln, aber die Frage ist halt echt wie. Ja, gerade auch, weil es ja nur zusammengefasst ist und ich dann halt auch irgendwie die Cutscenes verwenden möchte und alles, aber, naja. Ähm, was Gravity Rush Remastered angeht, für diejenigen, die sich fragen, wo bleibt denn das eigentlich? Das startet dann auch am nächsten Samstag mit dem vorerstletzten Part von Kingdom Hearts 2. Wenn 2.8 dann startet, ähm, wird Gravity Rush dann allerdings nur noch samstags kommen, bis das Spiel fertig ist. So. Dann kommen wir doch zum nächsten Punkt. Ähm, ich, ich muss mal kurz an mein Spieleregal greifen. Staubig, meine Güte. Ich kippe, da ist ja sogar ein Spinnenwebe. Iiiiih, ah, Spinnenwebe, nein, äh, äh, eklig. Ähm, ich hab hier gerade so eine verstaubte Kopie von so einem Spiel in der Hand, das sich Persona for Golden nennt. Diesbezüglich hab ich auch eine Ankündigung zu machen. Ich werde Persona for Golden zurückbringen nach Okami. Aber, weil es jetzt echt so lange her ist, habe ich vor Persona for Golden neu aufzulegen. Das heißt, wenn Okami vorbei ist, kommt es als neues Projekt und ich werde das Projekt nochmal von Anfang an machen. Die Parts, die es bis jetzt gibt, werden dann entfernt. Ich werde das Projekt nochmal komplett neu machen. Hat einfach was damit zu tun, und ich weiß den Anfang nicht mehr. Ich muss den Anfang nochmal spielen, damit ich weiß, was ich überhaupt tue. Ja, wirklich, das ist wirklich die Begründung und, ähm, weil es halt so lange her ist und deswegen möchte ich es nochmal von vorne machen. Ich denke, das ist auch in aller Interesse, dass ich das dann nochmal schön von Anfang an mache, dann auch mit der neuen Endcard, die keine Fehler hat, mit, ähm, ja, einfach, gerade auch wegen der Endcard und weil ich halt den Anfang nicht mehr so kenne und wenn ich jetzt wieder in das Spiel einsteige, so mittendrin, ähm, wäre es nicht passend. Außerdem habe ich dann so die Chance, nochmal in das Spiel von vorne einzutauchen und das ist mir auch ganz wichtig für das Feeling beim Game. Deswegen, ja, Persona 4 Golden wird wiederkommen, aber erst nach Okami, also so Mitte, Ende, Januar. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst, es kommt, ich habe es nicht vergessen. Nee. So, und, ähm, das neue Projekt, das eigentlich nach Chrono Trigger kommen sollte, startet Donnerstag. Also, morgen, ich nehme das jetzt hier am Mittwoch auf, sollte dieses Video allerdings später erscheinen aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen. Denke ich, kriege ich das hin. Dann am nächsten Dienstag, halt am nächsten Tag, wo Chrono Trigger dann gekommen wäre. Ähm, was, ähm, Pokémon Mystery Dungeon angeht, habe ich auch was dazu zu sagen. Das wird in Zukunft sonntags only sein, halt kurz Sonntag. Es wird wieder den Sonntagsslot einnehmen. Außer, es passiert was mit irgendeinem Projekt, das ich nicht weiterdrehen kann oder dergleichen, dann kommt PMD. Wie üblich beim Kurzsonntag. Allerdings muss ich dazu sagen, ich, äh, bin schon etwas weiter jetzt bei PMD. Es wird also ganz lustig, die nächste Zeit. Ähm, und ansonsten kommt morgen eine Überraschung. Und zwar morgen ab 12. Und ihr denkt doch jetzt nicht, dass ich das verrate. Das ist diese eine Sache, die ich da noch gemacht habe, neben neuem Avatar, neuem Kanaldesign, neuer Festplatte für mehr Vorrat. Und da gibt es eine Sache, ich winke hier jetzt mal mit dem Zaunfall, über die ich nicht gesprochen habe, könnte vielleicht ein Hinweis sein für diejenigen, die vielleicht was wissen könnten. Hihi. So. Und, ähm, so, kommen wir jetzt noch zu was anderem. Ich habe nebenbei nicht nur eine neue Festplatte angeschafft, nein. Ich habe für 2.8 und auch für die weiteren PS4-Videos und für alle möglichen Sachen in der Zukunft auch noch mal etwas getan, weil jetzt, wo ich arbeite, habe ich halt auch ein bisschen mehr Mittel zur Verfügung und das erste, was ich getan habe, neben der Festplatte, war, dass ich mir eine neue Capture-Card gekauft habe. Und zwar eine, die 60-FPS-Videos aufnehmen kann. Also, vielleicht seht ihr das sogar schon bei diesem Infovideo. Ich weiß nicht, ich denke, ich mache es bei diesem Infovideo nicht, sondern einfach nur bei den Videos, die als Überraschung kommen. Ähm, werdet ihr in Zukunft bei mir eine Auflösung von 1080p 60 FPS sehen? Unter anderem ist das auch eine Vorbereitung auf 2.8, weil Dream Drop Distance ja auch in 60 FPS ist und weil 0.2 in 60 FPS sein wird, soweit ich das mitbekommen habe. Entweder 60 oder 50, ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn das jemand genau weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ja, also gebe ich hiermit offiziell bekannt, ich habe mir eine neue Capture-Card gekauft, ich habe mir eine Elgato HD60 Pro geholt. Das ist die Einbaukarte von Elgato, weil ich ja keinen zweiten Screen zur Verfügung habe, sondern nur noch meinen jetzt mittlerweile etwas größeren Bildschirm, den ich übrigens immer noch sehr feiere. Der ist so schön hell. Ich bin das immer noch nicht so gewohnt, dass mein Bildschirm so schön hell ist. Und ja, jedenfalls, die habe ich auch jetzt mittlerweile aufgerüstet, nachgerüstet. Eigentlich wollte ich das neulich mal in einem Stream dann einweihen und mal gucken, ob es irgendjemand merkt, dass ich von einer anderen Capture-Card ausstreame, aber dann gab es da technische Probleme und dann mussten wir mittendrin wieder auf die andere Capture-Card umstellen. Das hat mich ziemlich geärgert. Aber das ist jetzt Schnee von gestern, wie gesagt. Ansonsten ist auch noch ein kleines bisschen mehr in Planung, aber ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich muss mir dann noch ein paar Ideen durch den Kopf gehen lassen. Zu gegebener Zeit werdet ihr da auch noch mal Informationen haben. Und ja, ich dachte mir, dieses kleine Update wäre mal ganz gut für euch, gerade auch, weil jetzt das Jahr so langsam endet. So ein Vorgeschmack aufs nächste Jahr, den wollte ich geben. Und ich hoffe, euch gefällt, was ihr gehört habt. Wenn euch was nicht gefallen hat, sorry, tut mir leid. Ich hoffe, dass euch die anderen Sachen dafür etwas milde stimmen können. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, schöne Nacht, schöne Ferien und einen guten Rutsch, falls ich kein Infovideo mehr mache und da nicht zum Streamen komme. Nur zur Sicherheit. Und ich würde sagen, bis dann, Leute. Bye, bye.